Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, weitere Sorgen einzunehmen beim Arshaan Dugan im Wald von Elvin. An dieser Stelle. Vor Quest war Gefahr aus dem Wasser. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Quest ist angenommen. Und jetzt müssen wir uns in diese Richtung begeben, meines Wissens nach. Genau. Der Weg ist ziemlich lange. Ich glaube, da würde es sich lohnen, mit dem Mount hinzufliegen zu diesem Lager und dann hier zurückzulaufen. Ich glaube, das mache ich. Ich könnte natürlich jetzt auch das Video schneiden, beziehungsweise... Kurz die Aufnahme unterbrechen und wieder starten, wenn ich beim NPC ankomme. Das ist, glaube ich, aber mehr Arbeit als Nutzen. Deshalb, einfach kurz den Flug zu schauen, entspannen. Und dann seht ihr, wo man die Quest abgibt und... Ne? Ihr wisst Bescheid. Und ihr seht, mit dem Greifen ist man hier sofort angekommen. Über die Strecke, über die Hälfte der Strecke muss ich schon haben. Ihr könnt natürlich das auch gleich machen. Auch hier hinfliegen und dann hier zurücklaufen. Vermutlich habt ihr noch nicht diesen Flugpunkt. Dann müsst ihr halt den normalen Weg laufen. Da bin ich auch schon im Landeanflug. Gelandet. Und jetzt geht es in diese Richtung. Nun müssen wir noch über diese Brücke und hier sehen wir diesen NPC. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.